Hi Leute, ich bin's und ja, wir sind jetzt beim Sonnenkreis beliebt, ne, hier sind wir und dadurch, dass wir jetzt halt beliebt sind, hat Elisabeth halt wieder ein Ausrufezeichen für uns und Du hast den Status beliebt beim Sonnenkreis erreicht, wieder mal gut gearbeitet, der Trainer ist wie immer von dir beeindruckt und du fragst dich, was der nächste Schritt ist, ob du noch mehr Training bekommst, sprich mit Elisabeth Gut, ich denke wir kriegen noch mehr Training, nein Sabrina, du bist fertig mit dem Training, Fripp glaubt, dass wir uns auf eine Expedition zum Dark Core Hauptpartner vorarbeiten müssen, ich oder jemand anders wird sich bei dir melden, wenn wir mehr wissen So, dann haben wir das damit schon mal abgeschlossen So, Fortsetzung folgt Die Fortsetzung des Auftrags folgt in einem zukünftigen Spielupdate, bis dahin kannst du mit den täglichen Aufträgen weitermachen, bessere Ergebnisse in den Wettbewerben erzielen und eine tolle Zeit mit deinen Freunden in Jörvik verbringen Hab einen schönen Tag in Jörvik Oh, okay, also, es gibt halt noch kein Update davon Ähm, okay, gut, also weiß Fripp noch gar nicht irgendwie, wie es weitergeht mit dem Dark Core, wenn wir uns da vorarbeiten sollen Naja, auch gut zu wissen, also, da können wir jeden Tag halt bei unserem Droiden-Training weitermachen, bis wir halt auch da bewundert sind Und dann mal gucken, ähm, wann das Update hierfür dann kommt, ne Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend Und bis zum nächsten Mal